Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Wir machen heute ein bisschen Sport. Ich habe zehn verschiedene Übungen für euch vorbereitet. Wir machen drei Durchgänge, bedeutet insgesamt, wir machen etwas über 20 Minuten Sport und ich zeige euch einfach direkt mal, wie die erste Übung funktioniert. Wir starten mit klassischen Ausfallschritten nach vorne, immer im Seitenwechsel, Körpergewicht immer maximal auf die Ferse verlagern. Wir legen los in zwei Sekunden und let's go. Jede Übung 30 Sekunden, zehn Übungen, fünf Übungen bilden einen Block. Dazwischen machen wir eine etwas größere Pause. Ihr könnt gerne seitlich die Arme ein bisschen mit zur Hilfe nehmen. Versucht es auszubalancieren. Und mit dem Knie nicht zu sehr nach vorne zu schieben. Yes, sehr gut. Sieben Sekunden, Übergangszeit. Zweite Übung, klassische Kniebeuge plus seitlich ein Bein anheben. Einmal Kniebeuge, einmal das Bein seitlich anheben. Genauso wie eben gerade das Körpergewicht auf die Ferse verlagern. Wir schieben die Knie etwas nach außen und beim Hochkommen, zap, ziehen wir dynamisch das Knie mit nach oben. Drei Sekunden. Nächste Übung, versetzte Ausfallschritte. Ein Standfuß vorne, der andere Fuß kreuzt hinten das Standbein. Genau. Versucht, das Gleichgewicht zu halten. Es ist nicht immer leicht. Und vorne ist es ganz, ganz wichtig, den Fuß immer gerade hinstellen. Also keine seitliche Verdrehung im Fußgelenk. Die letzten drei. Okay, wir machen weiter mit einer Sumo-Kniebeuge. Das heißt, wir stellen uns in einen schulterbreiten Stand, gehen runter und heben beim nach oben kommen die Fersen an. Zap. Und dynamisch da. Langsam runter und dynamisch hoch. Ich finde es immer ganz nett, bei einer Kniebeuge als Gegengewicht zum Hintern die Arme mit nach vorne zu nehmen. Dann fällt es einem leichter, den Rücken aufrechter zu lassen. Wenn man nicht das Gefühl hat, nach hinten umzukippen. Okay. Sieben Sekunden Übergangszeit. Wir legen uns in Rückenlage auf unsere Fitnessmatte. Positionieren die Füße ungefähr rechter Winkel im Kniegelenk. Die Arme liegen neben unserem Körper. und wir schieben unsere Hüfte nach oben. Okay. Die letzten Sekunden. Gleich hier wieder eine etwas längere Pause. Und drei. Dranbleiben, beißen. Yes. Sehr, sehr gut. Rücken schonen und nach oben kommen. Wir haben jetzt noch genau 25 Sekunden Zeit. Also versucht wirklich bei jeder Übung eure Atmung zu kontrollieren. Vernünftig ein, vernünftig auszuatmen. In welchem Rhythmus ihr das macht, ist mir total egal. Aber Hauptsache ich versuche die Muskeln immer mit genügend Sauerstoff. Wir starten den zweiten Durchgang in fünf Sekunden. Und legen los. Im schulterbreiten Stand. Gehen mit unseren Händen zu Boden. Und wandern nach vorne in den Stütz. Genau das gleiche wieder zurück. Schulterbreiter Stand. And repeat. Am Ende Beine strecken. Po nach vorne. Und schön den Po anspannen. Sehr gut. Nächste Übung. Schulterbreiter Stand. Diagonaler Crunch. Der rechte Ellenbogen geht zum linken Knie. Der linke Ellenbogen geht zum rechten Knie. Stetiger Wechsel. Also der Oberkörper dreht. Das Knie kommt nach oben. Dass wir hier eine seitliche Crunch-Bewegung haben. So, die letzten zehn. Das ist sehr gut. Next one. Wir ziehen die Arme nach hinten. Führen unsere Arme langsam nach vorne. Und gegen einen imaginären Widerstand. Ziehen wir die Arme dynamisch nach hinten. Langsam nach vorne. Und dynamisch nach hinten. Sehr, sehr schön. Für weitere zehn. Schulterbreiter Stand. Schau, dass du eine Standposition findest, in der du dich wohlfühlst. Drei. Okay. Wir gehen runter an den Unterarmstütz. Legen die Knie auf. Ganz wichtig. Wir nehmen den Po dabei runter. Also ich möchte keinen Endenhintern sehen. Und aus dieser Position fassen wir einmal mit der linken Hand links auf den Boden. Mit der rechten Hand rechts auf den Boden. Also es gilt, die Hüfte zu stabilisieren. Hier keine Ausweichbewegung zu haben. Schön den Bauch festmachen. So. Sehr, sehr gut. Letzte Übung. Habe ich eine Kombi-Übung für euch vorbereitet. Wir fangen an im schulterbreiten Stand. Gestreckte Arme. Ziehen unsere Arme nach hinten. Strecken die Arme nach vorne. Kopfzüge nach oben. Schöne Kombi-Übung. Für die obere Rückenpartie. Zap. Ja, nach oben ziehen. Nach hinten. Letzte Übung. Ersten Durchgang und das ist völlig in Ordnung. Geht schon leicht ins Schwitzen. Okay, got it. Perfekt. Eine Minute Pause. Das, was ich eben gerade schon gesagt habe. Versucht auf jeden Fall die Muskulatur immer mit guten Sauerstoff zu versorgen. Ich möchte euch nichts vorschreiben. Macht das wirklich so, wie es für euch am entspanntesten ist. Und tut mir den Gefallen dann. Da trinkt zwischen euch mal was. Weitere 30 Sekunden Pause. All das, was wir gerade gemacht haben, adaptieren wir und machen wir noch zwei weitere Male. Zwei Durchgänge. Wir starten im klassischen Ausfallschritt. 15 Sekunden. Und fünf. Komm schon mal in Startposition. Schulterbreiter Stand. 30 Sekunden. Und arbeiten. Let's go. Okay, also du hörst, ich bin auch schon dabei ein bisschen zu schnaufen. Das ist völlig in Ordnung. Je nachdem, wie das für dich persönlich angenehm ist, entweder den Oberkörper aufrecht lassen, mit dem Oberkörper leicht nach vorne schieben. Ist beides okay. Okay, sehr gut. Ganz kurz alles ein bisschen ausschütteln. Kniebeuge. Zap. Seitliches Knie anheben. Los geht's. Zeit läuft. Und probier das gerne mal aus. Die Arme als Gegengewicht zum Körper. Hier schön mit nach vorne nehmen. Dann wirst du merken, du wirst eine bessere Halteposition haben. Zap. Und das Knie heben. Yes. Alle Übungen machst du in deinem Tempo, das ist ganz wichtig. Perfekt. Alles ein bisschen ausschütteln. Fünf Sekunden Übungswechsel. Nächste Übung, versetzter Ausfallschritt. Haben wir alle schon mal gemacht? Also ich nehme jetzt mal ein bisschen Abstand von vielen Erklärungen. Fuß steht vorne gerade. Die Zehenspitze zeigt immer schön nach vorne. Das hintere Knie strebt zum Boden. Und die letzten drei. Okay. Alles kurz ein bisschen ausschütteln. Nächste Übung. Sumo Kniebeuge. Stellen die Füße etwas breiter auseinander. Zap. Komm mit dem Po tief. Und dynamisch hoch und wir heben die Fersen an. Let's go. Ganz, ganz essentieller Punkt. Achte wirklich darauf, dass die Kniegelenke immer ein Stück nach außen schieben. Stell dir mal vor, du hast so einen riesengroßen Gymnastikball zwischen den Knien. Der verhindert, dass deine Knie nach innen geht. Yes. Top. Wir begeben uns ein Rückenlager auf die Matte. Beckenlift. Ihr wisst, was kommt. 90 Grad Winkel im Kniegelenk. Und wir fangen an zu arbeiten. Langsam runter. Und dynamisch hoch. Schau mal, dass du in der Endposition hier eine gerade Linie hast. Also richtig schön hoch mit dem Poppes. Für weitere drei. Yes. Sehr gut. Rückenschonend nach oben kommen. 30 Sekunden Pause. Das ist ganz gut. Man sieht an meinem Oberteil nicht, wie ich schwitze. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber... Sehr gut. Okay. Zehn Sekunden. Wir gehen in den zweiten Durchgang. Ja, es ist Halbzeit. Ja. Halbzeit. Genau das, was wir jetzt gemacht haben. Machen wir alles einfach nochmal. Dann sind wir durch für heute. Okay. Zweite Übung. Schulterbreiter Stand. Und wir gehen in den normalen Stütz. Schau mal am Ende, dass du deine Arme immer schön weiterhin unter Spannung hast. Ich möchte keine Überstreckung im Ellenbogengelenk sehen. Am Ende wird schön der Po angespannt. Ganz, ganz wichtig. Next one. Diagonaler Crunch. Elbow. Zap. Geht hier zum Knie direkt. Los geht's. 30 Sekunden. Mal ein bisschen was für den Bauchmuskel. Gerade und seitlicher Bauchmuskel wird aktiviert. Super, super gute Übung. Ist echt eine meiner Lieblingsübungen. Und schau mal, wenn möglich, versuch hier wirklich mal eine Berührung herzustellen. Zap. Zap. Und wir strecken die Arme nach hinten. Die Arme kommen langsam nach vorne bei der nächsten Übung. Gehen dynamisch nach hinten. 30 Sekunden. Zap. Let's go. Leicht gehockter Stand. Der Po ist angespannt. Der Rumpf ist aktiviert. Die Arme langsam nach vorne. Kraft tanken. Zap. Ab. Und nach hinten. Explodieren. Yes. Sehr gut. Wir gehen runter. In Unterarmstützposition. Die Hand greift von links nach rechts. Und wir stabilisieren unseren Rumpf. 30 Sekunden laufen. Ich bin immer einen Tick hinter der Zeit. Bitte nehmen wir das nicht übel. Also, ganz wichtig, der Rumpf bleibt beim nach außen greifen gerade. Versuch wirklich so wenig wie möglich seitliche Drehbewegung zu haben. Langsam nach außen. Und je weiter du nach außen fasst, logischerweise, desto anspruchsvoller wird es. Yes. Okay. Wir kommen nach oben zurück. Oberer Rücken. Kombinationsübung. Let's go. Letzte Übung im zweiten Durchgang. Komm schon. Jetzt kannst du, wenn du möchtest, das Tempo, die Intensität mal um 10% anheben. Zap. Und hoch. Ganz wichtig, schau mal, wenn die Arme nach oben gehen, bleibst du im Rumpf stabil. Ich möchte nicht, dass du hier ausweichst. Komm schon. Pause haben wir gleich. Yes. Sehr gut. Also, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich weiß nicht, ob man es mir ansieht. Aber ich schwitze auf jeden Fall schon ein bisschen. 45 Sekunden Pause. Wie gehabt, ein Stück trinken. Ein bisschen auslockern. Ganz hier gerne mal die Fersen zum Po. Die Oberschenkel nach außen rotieren. Ich gebe dir 30 weitere Sekunden. Bevor wir in den letzten Durchgang gehen. Also letzter Durchgang. Lass mich kurz nachrechnen. Wir haben nicht mal, noch nicht mal sieben Minuten Sport jetzt vor uns. Okay? Also sechs bis sieben Minuten Sport. Falls du merkst, ein bisschen knackig. Gerne ein bisschen Tempo rausnehmen. Geringere Intensität. Aber versuche jetzt wirklich mal, die Zähne zusammenzubeißen. Okay. 30 Sekunden. Let's go. Wir starten wie gehabt mit dem Ausfallschritt. Also Körpergewicht auf dem vollen Fuß. Kniegelenk etwas vor der Ferse. Aufrechter Oberkörper etwas nach vorne. Und wir sehen zu, dass wir im letzten Durchgang die 30 Sekunden wirklich nutzen, um zu arbeiten. Und los geht's. Alles ganz kurz ein bisschen ausschütteln. Kniebeuge. Knie hochziehen. Los geht's. Okay. Jede Übung, die wir jetzt machen, machen wir zum letzten Mal. Und schön das Knie hochziehen. Wenn es geht, versucht das Knie etwas weiter hochzuziehen, als in den Runden zuvor. Yes. Sehr gut. Versetzte Ausfallschritte in zwei, eins. Los geht's. Fünf. Komm, dranbleiben, jetzt auf geht's. Drei. Okay. Mini-Break. Sieben Sekunden. Nächste Übung. Wir posizieren uns breiter. Zap. Sumo. Kniebeugen plus Fersen heben. Die Zeit läuft. Also, dein Tempo. Lass dich von mir wirklich nicht irritieren. Wenn du das Gefühl hast, du nimmst den Gang raus, das ist völlig in Ordnung. Wenn du das Gefühl hast, du bist noch nicht an deiner Leistungsgrenze, dann will ich jetzt aber auch ein bisschen was drehen. Letzte Übung. Wir gehen auf die Matte. Beckenlift. Und das Gesäß kommt nach oben. Los geht's. Also, letzte Übung im ersten Durchgang. Hiernach sind es nur noch fünf Übungen. Fünf. Und drei. Und dann geht's. Yes. Sehr gut. Mini-Break. 30 Sekunden. Ein allerletztes Mal trinken. Nicht zu viel, ja. Nicht, dass du zu viel Wasser im Bauch hast. Für die letzten fünf Übungen. Nach Adam Riesel. Fünfmal 30 Sekunden. Wir haben zweieinhalb Minuten Belastung. Okay. Ready? Fünf Sekunden. Wir starten mit der Übung in die Liegestütz gehen. Und let's go. Kleine Schritte nach vorne. Schutz stabilisieren. Po anspannen. Bauchnabel nach innen ziehen. Und den Körper wieder in eine aufrechte Position bringen. Zappen. Und zurück schieben. Po anspannen. Beine gestreckt. Oberkörper aufrecht. Puh. 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 Zwei Sekunden. Das spart mir die letzte Wiederholung. Okay. Zweite Übung. In der zweiten Hälfte unseres Workouts. Crunch diagonal. Und schau mal. Versuch jetzt wirklich mal hier zapp eine Berührung herzustellen. Auf geht's. Wir drehen den Oberkörper ein. Und das Knie kommt hoch. Puh. Fünf. Puh. Yes. Alles kurz ausschütteln. Wir sind bei der drittletzten Übung angelangt. Wir ziehen die Arme zapp nach innen. 30 Sekunden. Los geht's. Ich finde, das ist eine Übung, die man brutal unterschätzt. Also man arbeitet hier vollkommen ohne Gegengewicht. Aber wenn man das wirklich hier dynamisch ausführt, ist das eine super, super gute Übung. Für den gesamten oberen Rückenbereich. Ich konzentriere mich wieder ein bisschen beim Sprechen jetzt. Fünf Sekunden. Okay. Schüttel die Arme ein bisschen aus. Wir gehen in die letzten beiden Übungen. Unterarmstütz. Aufgelegte Knie. Los geht's. Und gerade hier ist eine Übung, hier geht's null um Geschwindigkeit. Es geht wirklich darum, den Bereich von der Hüfte bis zum Brustbein maximal stabil zu halten. Wir haben schon vorletzte Übung. Okay. Grandios. Wir beginnen die letzte Übung. Ich habe einmal noch 30 Sekunden für dich. Los geht's. Nach vorne. Kopf. Die letzten zehn Sekunden. Komm schon. Dann haben wir über 20 Minuten platt gemacht. Auf geht's. Fünf. Fünf. Vier. Drei. Zwo. Eins. Nice. Perfekt. Okay, ich kann mal ganz kurz hier in die Kamera. Also, mir hat's auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich bin definitiv ins Schwitzen gekommen. Und ich finde, Homeworkouts werden total unterschätzt. Wenn ihr das richtig ausführt in eurem Tempo, in eurer Intensität, kann das super, super effektiv sein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Würde mich freuen, wenn ihr eines der Cooldown-Programme hinten dran hängt. Ansonsten sehen wir uns bei der nächsten Trainingsanleitung. Ciao.